Mojo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Nilschen Yakuza mit der neuen Folge von für EvoWFN2. So Leute, ich habe versucht das irgendwie zu erreichen, aber geht nicht. Man braucht erst dafür flinke Hände, damit man es erreichen kann. Moment Leute, ich bin gleich hinter da. So bin ich hinter da, ich muss da kurz was machen. So jetzt. Jetzt geht's mit Stefano Valentini. Ich bin gleich mit Stefano Valentini. Ich bin gleich mit Stefano Valentini. Mein nächstes Werk wird faszinieren. Die komplette Absorption ihrer Kräfte. Die Unterwerfung ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Ich wusste das. Ah, da kann ich hier nicht durch. Wo war denn der Tür offen? Ah, da kann ich hier nicht durch. Los, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Okay, machen wir. Okay, gerne. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Weg auf sich wo etwas zu verstecken, das du nicht siehst. Erstmal gucken. Oh, Stefano, geh weg. Das wird jetzt wehtun. Ich bin hier drüber. Ich bin hier drüber. Oder bin ich hier? Nimm was. Stillhalten. Das wird weg. Dann eben den Schulfrinter. Ich bin hier drüber. Ich bin hier drüber. Ich bin hier drüber. Ich bin hier drüber. Ja. Na komm her. Zeig dich. Und du fängst an mich zu langweilen. 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 Bleib stehen, du wirst ohnehin sterben. Flucht ist zwecklos. Komposition. Verstecken ist zwecklos. Blute für mich. Ach, verdammt. Blute für mich. Oh, ich habe keinen Dinger mehr. Perfekten ist zwecklos. Blute für mich. Stirb endlich. Ich wier dein Blut. Oh, Mann. Bleib stehen, du wirst ohnehin sterben. Mause. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Alles muss man selber machen. Boah, der ist echt stark, der geht jetzt ab, ey. Bleib stehen, du wirst ohnehin sterben. Flucht ist zwecklos. Endlich. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schaut sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Zeit. Für ein... letztes Foto! Lilly! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa! Nein! Bist du nicht! Papa ist tot! Lilly? Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lilly, bitte. Ich... Komm raus, Lilly. Du musst dich nicht verstecken. Komm zu Mama, Lilly. Ich beschütze dich. Myra. Verschwinde. Du kriegst sie nicht. Du... Oh, das ist sie. Lilly! Lilly! Nein! Nein! Ah! Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Aber ich werde schweigen, wenn sie mich hineinlassen. Verdammt! Kapitel 9. Ein anderes Übel. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Wenigstens ist er nicht kampflos gestorben. Ohne ihn wäre der Stabilisierungsemitter noch immer aus. Das stimmt. Was ist das? Wo ist der Spiegel? Frage ich mich auch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Gute Frage. Das will ich auch gerne wissen. Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Sieht aus wie ein Kreuz, aber komisches Kreuz. Dankeschön Leiche. Gute. 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 Ja, was ist das? Dankeschön, Feuer. Geh ich später durch. Ach du Scheiße. Bei lebendigem Leib verbrannt. Japp. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Okay, da geh ich gleich durch. Ich will nicht gerne wissen, was da ist. Na, nur Munition. Das ist gut. Wenn da nur Munition ist. Gut. 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 Was ist das jetzt? Ja cool. Bleib liegen. Das war's? Dein verdammter Ernst, das war's? Ja cool. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, da geht's weiter, da vorne Verdammt doch mal Die verschwenden meine Munis Okay, da vorne Jep Umsonst Muni verschwendet Kann man nichts machen Okay, da vorne 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 Ja, Leute Ich seh schon, es ist schon zu spät Warte mal, ich mach das auf Ja, Leute Es ist schon zu spät, Leute Ich muss leider auch Cut machen Vielen herzlichen Dank, dass ihr meine Videos geguckt habt Alles Dankeschön für alles, Leute Ich bin jetzt auch richtig müde, Leute Dann werde ich mal sagen Auroa, ciao, bis dann Euer Jinya Kroza, tschüss